Willkommen zurück liebe Freunde bei Minecraft Story Mode mit mir der Mr. Sick und wir sind auf der Suche nach unserem Schweinchen Weil die dummen Pisser das abgefackelt haben, also die Lava gespawnt haben und umso viel Kuh abgebrannt ist und dann das Schweinchen abgehauen ist Blöde Sau, äh also der andere Hier ist aufsteigender Rauch, das sehen wir mal, aber ich, und hier sind Fuß, Hufspuren, das gucken wir uns mal an Hm, okay Hm, mehr hat er nicht dazu zu sagen Eine Eiche, gucken wir uns mal die Eiche an Eiche Aber dahinter Kein Schweinchen Doof Okay, ich muss mich dann nochmal irgendwie dran gewöhnen, dass man sich ja hier bewegen kann Hätte das bei den anderen Telltale Games nicht so im Kopf, dass man das tatsächlich machen konnte Kann man sich denn jetzt irgendwie das auswählen? Nee, kann man nicht, okay, ich dachte ich kann mal ein Schwert jetzt in die Hand nehmen Könnte das Ruben sein? Könnte das Ruben sein? Könnte vielleicht die Kleidung von Ruben sein? Huch, angehalten Nee, das wollte ich jetzt nicht Ich sollte springen Höh! Ein brennender Baum 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 Es sieht nicht so aus, dass dieses Feuer werden wird Ich wüsste, Ruben hat das angefangen Was ist das? Na ja, was soll er machen? Ruben? Rechtsklick Ruben? Geht jetzt nicht mehr? Okay, ich hoffe, hier kommt nicht gleich irgendwas so rum um die Ecke Ui, ganz viele Schweine Ruben, bist du da drin? Ruben? Ah Ruben, komm hier, Junge Hm, will er nicht Die Schweinchen hauen ab Hm, wo könnte der denn jetzt hin sein? Ah Oh, evil chicken, Alter War klar, dass du kommst Blöde Kuh Evil chicken darf natürlich nicht fehlen So, hier hinten war noch irgendwo was Ah, guck ne Birkel Ruben? Wo bist du, buddy? Ruben? Oh nein, du hast Kuh Hey, alle Kuh, aber Ruben Shut up Hm Ruben, es wird schrecklich hier Hm Schwindendes Kostüm Das ist, ist, ist das das Kostüm von Ruben? Ich sehe es gerade noch nicht so richtig Ach, da Ruben, oh nein, bist du da drin, buddy? Oh, Jesus, bitte nicht zuerst, Ruben Nein Ah, was? Ich dachte gerade das Was ist denn das? Ich sehe das nicht so richtig Ist das ein Schweinchen oder nicht? Ist das jetzt Ruben? Ach, nö, ernsthaft? Was war denn das? Ah, was war das? Ah, was war das? Junge, Junge Oh, aus der Höhle kam ein Kru, Kru Also so ein Kui, Kui So ein Oink, Oink Meine ich Kui, Kui Oh, dunkle Höhle Ruben? Na, Ruben ist da drin und ich muss da rein Schwarzes Loch Spinne Ich habe, ich habe aber ein Schwert, Kollege Du, also du hast ein Schwert, wir haben ein Schwert Weh doch das Schwert aus Man weiß doch, in der Höhle geht man nicht um ein Schwert Ja Okay, die Höhle war nicht so richtig groß Kein Grund sich so einzupinkeln, Mr. Sick Oha Oha Hohes Gras Gehen wir mal hin Hoffentlich kommt da jetzt kein evil chicken raus Oh, Ruben Oh, guck mal Ruben Oh, guck mal Ruben Ruben, da bist du Ah Oh, ich bin so glücklich, dich zu sehen Oho Zombies Quick, quick, quick Ich denke, ich denke, wir sind gut Ich denke, wir haben es geschafft Ah, Skelett Quick, shit Hab ich zu spät gecheckt, dass wir uns wegbewegen können Ohohohohohoho valor Jaa, Schwert Ähm, Linkspick, okay Schup! Mach nach mir! Ich hab dich Tja, tapferer junger Mann. Ja, nice. Und den. Ja, voll in den Kopf reingesprayt. Sehr gut, sehr gut. Äh, 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 was, 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 mir ist egal. Na. Okay. Yes. Kriegen wir eigentlich XP dafür? Oh, oh, fuck. Boah, ich dachte, nein, schwert kaputt. Shit. Ja, crafte dir schnell ein neues. Und? Holy macaroni. Oh, noch eine Spinne. Äh, äh, so. Los, hier ist Ruhm. Geh doch. Noch eine Spinne. Holy shit. Oh, fuck. Lass mich weg. Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck. Ja, komm schon. Ey. Yes. Boah, sind die gefährlichste Teile, ey. Oh. Petra! Komm schon, lass uns aus der Öffnung. Puh! Hier, natürlich noch die Seide mitnehmen. Alter Finne! Und das war's noch nicht, anscheinend. Ich will dir etwas zeigen. Okay. Nicht, dass das nicht ein wirklich cooles, dimmlich litter Tunnel ist, aber wie weit entfernt ist das Ding, du willst mir zeigen? Bezauwärts, Jesse. Du willst nicht eine Reputation als Einfluss bekommen. Hm. Wow! Okay. Die ist voll fresh. Die ist cool. Der Resident Go-Getter pays off every once in a while. Literal. Warum nicht er einfach nur die Skull selbst hat? Er ist nicht der Typ, der Zeit zu tun, um etwas zu tun. Was ist der Typ, dann? Der Typ, der die Werte der schwerste Arbeit versteht. Wow! Wow, was? In einem einzigen Tag, du gingst in den Nieder, du hast ein Wither-Skeleton gebrochen. Ich meine, ich habe eine super coolere Statue gebaut, aber trotzdem. Es ist ziemlich süß, dass du dich bist, hm? Du weißt, du könntest mit mir kommen. Ah, weiß ich nicht. Ich meine, wenn du zu nervös bist, dann verstehe ich es. Aber ich würde mir nicht ein bisschen Backup interessieren. Aber ich mag ja Abenteuer. Willst du mich, dass du mit dir kommen? Bevor ich mich mein gerettvolles Akt für den Tag. Ich werde es, was du mir vorst, um mich zu kommen, bis ich zu kommen. Oh, okay, danke. Hey, ist all diese Dinge yours? Nein, wir sind nur von jemandem, der dumm genug war, um uns hier zu verlassen. Natürlich, es ist alles. Nur sicherlich. Oh, hier geht's. Jackpot. Nur die Stückchen auf der Tafel. Komm schon, Jesse, wir haben keine... Ah, ich kann das doch. Stress mich nicht so rum. Siehst du? Ist es besser, wenn du es dir selbst machen möchtest? Es ist immer besser, wenn man es sich selber macht, Fräulein. Unter gewissen Umständen natürlich noch. Keep it clean, it's family show. Mensch, was ist los hier? Schau mal, Endercon ist alles aufgerissen. Oh Mann, sieht aus, dass Lucas und seine Ocelots wieder gewonnen haben. Sorry, Jesse. Wir hätten eigentlich gewonnen. Unsere Statue sah geil aus. Ich wollte nur, das Jahr, in dem wir diesen Ocelot gewonnen haben. Du weißt, Lucas ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber er hat mich in schwierige Situationen durchgekommen. Du möchtest ihn kennenlernen. Nur in der Fall. Er ist gut an bieten, das ist sicher. Es ist immer sinnvoll, einen Mann wie dieser umgekommen zu haben. Nichtsdestotrotz, was du ihn persönlich denken möchtest. Du weißt, dass du ihn persönlich bist. Ja, du weißt, dass du dich vielleicht. Ich sage nur, wenn du ihn an Endercon, probierst du ihn an. Ich brauche nicht ein bisschen über die Kraft, Petra. Ich brauche ein bisschen über die Kraft, meine Füße. Es ist sicherlich, aber es ist sicherlich. Komm, wir gehen. Du weißt, was Endercon war, bevor es cool war? Du weißt, was wir waren, bevor wir cool waren? Du weißt, was wir cool waren? Du weißt, was wir machen, wir machen es zusammen. Äh, 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 springen oder kämpfen? Wir springen, springen. All right, let's jump! Alter, wie die abgehen. Telltale Games Present in Zusammenhang mit Mojang. Minecraft Story Mode. Weep! Ein Telltale-Geschichte von Michael Chong und Stephen McManus. Rishi, Dennis Leonard, Graham Ross. Ah, du geiles Auto. Greeper! Günstli, ey, was? Günstlerische Leitung? Mark Hammer und Derek Sensei oder irgendwas? Jeff Parrott Umgebung. Okay. Oh, Sophie Grill Chicken Animation. Jeff Serap. Ich lese die Namen jetzt nicht vor, das ist kundig bescheuert. Ach, geil-o-matico. Programmiert Randy Tutor. Ich lese das trotzdem vor. Boah, sind die beiden cool, ey. Die Petra ist voll tough, ey. Aber ne coole Sau. Ah, ist immer in der Stadt. So, when we're making the deal, I need you to let me do the talking, okay? I just don't want anything to screw this up. Or anyone. Hm, okay. Should I be nervous about this? Given your personality, your life experience and everything else you've done to make it to this moment. Ja, das nenn ich mal aufbauend. And Petra? Hey, you all know Petra, my new super close friend. And we're super close now. Uh-huh. We ran into each other while I was looking for Ruben. Couldn't find him either, huh? I'm sorry, Jesse. We look everywhere. I saw him, but before I knew what was happening, we were under attack by a zombie horde. I told him to run. It was for his own good. What were you doing in the woods, Petra? Nothing. Just drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams. Yeah, 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 yeah. I would have been spider bait if she hadn't found me. I gotta admit, I'm pretty bummed. When they won, again. I mean, there's no way we were gonna let you go after Ruben by yourself, but it's okay to be a little disappointed, right? We're like, a lot disappointed. The saddest of the sad sex? Cheer up, guys. We'll get them next year. I don't know, Jesse. The spirit is willing, but the flesh is sad. Hey, if at first you don't succeed, then, uh, succeed later than originally planned. Hey, Jesse, it's time to go see about that thing. Oh, right, the thing. Subtle. Yeah? As a punch to the face. Axel and I were gonna head into Endercon anyway. See you in there? I heard somebody saying there's free cake by the map booth. Hurry. We're supposed to meet in the alley over there. Dark, dark, very dark in here. The Jesse's fire she's eye. He said the dark, creepy alley close to the gates, but he's not here. Maybe he's late. Are you sure this is the dark, creepy alley he meant? Hmm. I was. Okay, new plan. You stay here, just in case this is the spot he meant, and I'll look around. I guess I could have heard him wrong. Then again, I've never gotten a meetup spot wrong before. Then why would he be late? Okay, I'll hold down the fort. Thanks, Jesse. I'll be back before you know it. If he shows up while I'm gone, just stall for me. And just, who are you? I'm waiting. The name is Jesse. What's it to you? I'm supposed to meet with Petra, not whenever you're supposed to be. Give me one good reason, why I shouldn't walk out of here right now. Well, I'm a very busy man. Ja. You're the guy who needed a wither skull, right? Not so loud, you idiot. Was ist daran so schlimm? Too many people know my business already. Do you have the skull? Uh, well. Na, Petra hat ihn. Do you do or you don't? You'd better not be toying with me. Petra has it. Should we back any minute now? Well. Well, as long as she's bringing it, I suppose it wouldn't kill me to wait a minute longer. Was bist du denn für einer? Äh, well. Ivor. Oh. Here she is. Sorry, I'm late. But good things are worth waiting for. I've got what you ask for. If you have what you promised us. You didn't say anything about an us when we first met. And I don't like surprises. If these are the sorts of people you associate with. Perhaps we should call the whole thing off. My friend is fine, right Jesse? There's no problem here. Let's not be too hasty, okay? This is just a little misunderstanding. Let's just do this thing. That's what I thought. Proceed then. I'll take that diamond now. Take it. You earned it. Ah, this isn't a diamond. No, it's Lapis. Der hat dich verarscht. All the dirty, underhanded tricks to pull. I can't believe that guy got one over on me. Let's go after him. Auf geht's. I'm either getting that diamond or I'm getting my skull back. Yeah, or you'll make him pay, right? Right? Come on. Right? Right? Mm-hmm. Do you see him anywhere? Ähm, nope. We lost him. Then we'll just have to find him again. Ja. Go. Well, we won't find him. I'm just standing around. Ja. Wir laufen doch schon. Oh, ich dachte, ich hab mich mal überrascht. Just one question. Hold all your questions until after the keynote. Look at the keynote sold out. Hold all your questions anyway. Ähm, wir, wir, wir quatschen jetzt nicht mit dem. Wir quatschen mit Lukas. Wer ist Lukas? Ist Lukas einer von den Fotzelots? What's up? What's up? Nothing? What's up with you? Nothing. What's up? What's up with you? That's simple, what's up? I've just said nothing. I'm sorry, you guys didn't win this year. It might have turned out pretty cool. If it had, you know, burn down or whatever. You know, that stunt, your friend pulled, really hurt my pig. Okay. Maybe, but I had nothing to do with that. Ah, we're sitting in a new Kuba. Okay, der ist nett. Hey, you didn't happen to see a creepy guy with long hair and a beard roaming around, did you? I don't think so. Why? He kind of scammed Petra out of a diamond earlier. Whoa, everyone knows you don't mess with Petra. Not if you know, it's good for you. I'll keep an eye out, okay? Danke. So, uh, we're cool? Yeah, we're cool. Cool, cool. Cool, cool. Coolio. Coolness. See you later, Lucas. Yeah, see ya. Coolio. Max is what? Axel. There's an Axel. Patement Axel. What the fuck? Wiggle right out of that trap, didn't you? Well, wiggle as much as you want. You're not going anywhere. Axel, listen up. Any chance you've seen a... Creepy looking beardy guy anywhere? No. Petra told me what happened. I'm keeping an eye out for him. Okay. Okay. So, I got a little distracted. It's just this machine presses all my buttons. Unnecessarily complicated. It doesn't mean to birds for no reason. Come on, okay. If something like this calls, you gotta answer. But I swear, as soon as the demonstration is over... We really need your help, Axel. If we don't find this guy soon, we might never find him. I was looking. I just got distracted. Have you seen Ruben? I was hoping he might have made it to town while I was distracted. I haven't seen hide nor hair. But I'm sure he's fine. He's a tough little ham. This is also my neck. Axel... All right, all right. I'll look. Sehr gut, Axel. After I watch one more chicken get on. Das kann Jesse gar nicht verstehen. I'll see you now, weirdo. Ui. Möglicherweise haben wir den Spinner grad da laufen sehen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit am Stüssel. Bis dahin. Wow. If it isn't a trash bag. Mitten in der Abmacht. I hear intense heat cause his brain damage. It does boost the flavor. Something crazy, though. I'm busy right now, man. What? Busy trying to get a life? Busy trying to find some friends? Hey. Aber jetzt. Bis zur nächsten Folge, lieben. Ciao, see.